Willkommen wieder bei D&D. Wir machen jetzt einen Damage-Wurf. Los, gib mir Damage. Give it to me, baby. Elf wieder. Sieben plus, ach so, elf. Ja, okay. Machst elf Schaden. Gut, hast du noch eine Bonus-Aktion? Willst du mit dir noch irgendwas anfangen? Oder kannst du noch irgendwas anfangen? Ich kann gar nichts mehr. Okay, dann ist Nimmel-Shadow wieder dran. Okay, ich sterbe einfach. Ich nehme die Frau als Geise. Mach mal Grappling. Besides the post, machen wir mal die Esterity-Check. Oh, nur eine 6. Oh, eine 16? Es war gerade eine 6. Okay, du versuchst es zu greifen, aber in diesen Schock-Momenten, voll mit Adrenalin und schlägt dich weg. Und schreit weiter rum. Machen! Machen! Okay, war das mal eine Aktion? Ja. Was ist noch? Bonus-Aktion und Movement. Ähm, ich versuche noch mit Leon zu reden. Ich glaube, wir haben ein Problem. Der Gouverneur ist tot. Was machen wir jetzt? Hier draußen ist der Altar, wir brauchen ihn nicht. Ist direkt hier. Okay, kann ich da hinlaufen noch? Ja. Ja, gell. Kann ich auch noch was ablegen? Nee, das würde ich als Aktion betrachten. Okay, dann laufe ich nur da hin. Sankt Saral. Ich würde ein Stück vorgehen und schauen, dass ob um die Ecken noch irgendwo jemand ist, um die Lage abzuchecken, dass uns jetzt keiner überrascht. Ja, warte kurz. Oh, oh, da ist die Tür aufgelangt. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich hier auf geht, ist es nie gut, vor allem kamen vier Wächter raus. Daddy? Papa? Papa, ist alles okay? Oh, oh, shit. Papa? Papa? Ah! Also, die ist... Ah! Und macht die Tür hinter sich wieder ganz schnell zu. Okay. Und man hört so zwei Kinderstimmen da rausschreien. Ah, Hilfe! Okay. Wir machen... Weiter, da unten. Äh, das ist der, der vor... ...wo vorm steht, das heißt, er greift an. Zehn plus irgendwas trifft nicht. Okay. 17 plus 4, ein 20 trifft. Mhm. Und... Und... 5 Schaden bekommst du. Okay. Und die da ist... ...hier hin. Die versteckt sich. Und der geht hier hin. Und greift dich an. Äh... Wie viel Rüstung hast du? Ähm... Äh... Ich muss noch einmal werfen. Ich hab ja auf Concentration... Was muss ich... Wie viel muss ich da würfeln nochmal? Äh... Ja, bleibt. Ich glaub, du musstest über 10 oder so werfen... ...über den Schaden zu werden. Zudem... Müsste aber gepasst sein. Du musst bist beim irgendwie... Ich hatte das auch vergessen. Das müsste gepassen. Ähm... Trifft 16? Nee. Okay. Das heißt, der trifft nicht. Der Rest... Äh... Benutzt ihren Movement, um da hochzurennen. Der kommt nicht hier vorbei. Ciao. Auf der Treppe. Okay. Du bist wieder dran. Gute Form. Äh... Ich verwandle meine Form. Ich bin ja... Asimir. Als... Ähm... Fallen Asimir, ja. Lass da. Äh... Die werden... Jetzt... Freutet. Also die haben Angst. Musst du nicht dafür was werfen? Oder sie was dagegen werfen? Oder sind sie auf jeden Fall Freut? Ich bin gerade am Googlen währenddessen. Okay. Ich hatte gehofft, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit habe. Sollen wir die anderen dann kurz weitermachen? Machen wir die anderen kurz weitermachen. Ähm... Ganz kurz, ja. Ähm... Ich stecke, ähm... Derweil, ähm... Den... Katalysator auf den Altar. Und brille für die Brüderschaft. Für die Brüderschaft. Also was drauf macht. Ähm... Kommt eine riesige Schockwelle, die dich nach hinten wegschlägt. Du kriegst aber keinen Schaden. Das hier wird umgeworfen. Ja, das ist ja das Erste, was passiert. Und ihr spürt so eine riesige Welle. Die Erde bebt ein bisschen. Kann ich, ähm... Lass noch eine Aktion machen. Okay, die Erde bebt. Äh, nicht eine Aktion, sondern ein Movement und Bonusaktion. Ja... Die Frage ist halt jetzt durch abhauen. Die Frage ist, wohin abhauen? Frage ist... Ja, die Frage ist auch, äh... Muss es nur jetzt einmal kurz drauf sein oder muss es drauf bleiben? Weil wenn die anderen jetzt hochkommen und es einfach wegnehmen, dann war alles umsonst. Das passt keiner an. Guck mal, wie das da, ähm... Grisselt. Ah ne, warte, tut's gar nicht. Es schwebt nur da. Ähm... Also da ist auch, ähm... Sehr viel magische Energie da drumherum und sammelt sich da... Sendet Schockwellen aus. Nur das kann ich jetzt nicht so gut zeigen. Also, da passiert ein Haufen Zeug. Äh, sieht ziemlich gefährlich aus. Es ist auch so kleine Blitze springen überall hin. Und immer halt wieder solche Wellen, die ihr mittlerweile nicht mehr physisch spürt, sondern eher in eurer Seele so. Die, ihr, als würden sie ein Geist durch euch durchlaufen. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Kriegt ihr immer wieder sowas ab. Ich lauf hier vor, schau mich um, such nach einem Fluchtweg, irgendwie eine Möglichkeit aus dem Turm raus zu... Oder aus dem Schloss raus zu können. Wann muss das, was du hier gut rausspringen könntest? Oder... Du erinnerst dich an diese Löcher da hinten? Je nachdem, wo du... Ja. ...ausgehen möchtest, kannst du raus versuchen. Das war aber dein Turn, oder? Ja, ich würde noch zu Leon sagen... Los, weg hier. Okay. Was machen wir mit unserem Freund? Lassen wir ihn einfach am Schluss? Ähm... Ich weiß nicht, wo er ist. Welcher Freund? Also, ich kenne keinen Wald. Also, Valentin, aber ja... Äh, Bubam, aber... Wo ist er denn? So vom Lärm her würde ich schätzen, er ist unten und stark beschäftigt. Haben wir da was mitbekommen von? Vorhin hast du gesagt, wir hören Lärm von unten. Ja, ihr hört Lärm von unten. Stimmt. Und rumgeschrei. Ihr habt auch... Ihr hört auch diesen General da draußen immer noch schreien und gegen das Tor klopfen. Nur ich kann jetzt gar nicht schreien, meine Stimme ist ein bisschen kaputt. Ja, gut, dann, ähm... Ja, dann müssen wir wohl nach unten. Mhm. Okay. Äh, unser Vor- und Asima, der wollte sich verwandeln. Ah, ganz kurz noch, ganz kurz noch. Ähm, sehen wir eine Möglichkeit, nach unten zu kommen? Also, weiß, die Treppe, klar. Aber sehen wir auch den Turm? Ihr seht den... Ja, also, ihr seht den Turm und... Aber kenne ich den noch? Ja, du hattest ja auch von draußen betrachtet. Hier war auch irgendwo das Fenster, wo du mal überlegt hast, reinzugehen. Ja, eben. Ja. Also, das kenne ich. Wo du ins Kinderzimmer gesteigen wolltest. Ja, erst so ins Kinderzimmer, da hätte ich die Kinder umgebracht. Das wäre nicht ein Kinderzimmer, aber egal. Ähm, der Vor- und Asima, Wufarm, was machst du? So, also, ich verwandle mich. Mhm. Und... Äh, was? Äh, hier. So. Also, DC-8, was bedeutet das? Muss ich in den Achterwürfel, oder heißt das... Nee, das ist der Schwierigkeitsgrad. Muss ich wahrscheinlich... Achterwürfel, oder? Ähm, 8 plus your Proficiency plus your Charisma-Modifier. Ja, das muss ich würfeln. Da sind wir dann... Ja, genau. Dann 8 plus 3 plus 2. 13? Genau. Du musst über 13 würfeln. Der erste als Knight. In 10 Fuß Umgebung. Ja. Also, über mir vielleicht auch. Oder zählt das über mir? Wir sehen es ja nicht. Aber vielleicht fühlen sie es. Ja, aber es ist nicht mehr 10 Fuß entfernt. Ich auch. Keine über dir. Nehmen wir das über mir, ich sehe es nicht genau. Guck mal, das sind 10 Fuß um dich. Das wäre... ...würde nicht mal die Treppe bereichen. Okay, ja. Okay. Okay, der flieht schon mal. Ähm, macht aber einen Simon-Turn, gell? Ja. Ja. Ja, und... Und... Normale Wache... Schafft es. Ne, warte. Du musst über 13 würfeln, gell? Ja. Schafft es auch nicht. Die haben jetzt alle Angst vor dir. Mhm. Okay. Ich... Du hast noch Movement? Ich... Ja. Ich nutze das. Und flieh. Weil hier sind ja die Soldaten hier hochgegangen. Achso, warte. Ich weiß nicht, dass der Turm da ist, oder? Doch, du hast da auch Wachen hinrennen sehen, by the way. Achso, da sind auch welche lang. Ja. Also... Okay, ja. Ja, die haben jetzt ja nicht gesehen. Du siehst schon von da hinten ein Treppenhaus, würde ich behaupten. Ja, stimmt, ja. Ja, sehe ich. Du hast da auch Wachen hinrennen sehen. Ja, ich will da lang. Okay. Ja, 30 Fuß dorthin. Ähm, daschen kann ich, glaube ich, nicht mal... Nein, das ist meine Aktion. Ja. Okay. Äh, Nimble Shadow. Ah, nee, wir hatten euch gerade gemacht. Nevermind. Keine zwei Aktionen hier. Nicht Schommel. Äh, nein. Oder? Doch, ich hatte euch währenddessen gemacht, während... Äh, Valentin nochmal gegoogelt hat, was das macht. Ah, ja, ja, stimmt. Aber ich bin noch dran. Ich hab nix gemacht. Echt? Leon hat nix gemacht, nur ich. Okay, ja, dann macht deinen Zug. Ähm. Do your last perfect turn. Kann ich durch diese Löcher da im Boden, kann ich da nach unten eine Wache sehen? Auf der Treppe? Uff. Ach, nicht. Ja, doch, doch. Stell dich mal, wenn du dich hierhin stellst, um runterzuschauen. Ja. Siehst du, Bufam? Er da gerade hinrennt. In Panik. Mit Flügeln. Seh ich noch jemand anders oder nur... Äh, du siehst nur ihn. In meiner Verwandlungsform. Ja. Wenn du das irgendwas ausmacht, keine Ahnung. Kann ich mit Leon noch sprechen? Ja, ihr könnt euch immer unterhalten. Lauf zum Treppenhaus. Lauf vor zum Treppenhaus und wir versuchen da, von da aus irgendwie raus aus dem Fenster zu kommen. Also zu der Treppe oder zum Turm? Zum Turm. Zum Treppenhaus halt. Lass uns da aus dem Fenster rausgehen. Okay. Wir müssen hier raus. Ja. Wir müssen noch movement, äh, so ungefähr. Oder du kannst es Dash-Aktion benutzen, natürlich. Ja, dann würde ich bis hierhin und dann noch ein Stück die Treppe hoch zum Fenster. Nochmal 30. Unten oder hoch? Nach oben. Nach oben. Mir interessiert mich, wenn du. Nee. Okay, bis zu dem Fenster. Mach das mal. Warte, ich muss den Teil ausziehen. Das war dann deine Aktion. Nein. Okay. Äh, ich kann da nicht rein. Aber du schwebst. Bis hierhin. Ja. Was war deine Aktion? Das war's ja dann, ne? Ja. Der muss vor dir fliehen, gell? So. Zack. Hast du jetzt eigentlich Buwam gesehen oder nicht? Hast du was gesagt? Ja. Gesehen hab ich ihn. Merken. Aber du hast dann nix gesagt, gell? Offiziell nicht, ne. Okay. Super. Tut er leid. Aber jetzt sehe ich ihn auch nicht mehr. Du musst die... Die einfach... So, zack. Ähm... Aha. Ich muss jetzt die ganzen Wachen... ...ziehen. Ich freu mich, wenn ich endlich ein Lasso bekomme. Ich mein, die Entwickler von Talespire sind schon gut. Die fügen immer neues und geiles Zeug hinzu. Äh... Hast du davor erwähnt, dass es bezahlte Werbung ist? Hahaha. Wir bekommen kein Geld. Das ist keine Dauer... Äh... Werbesendung. Ist nur ein Produkt, mit dem ich hinter meinem Namen stehe. Weil ich's gut finde. Okay. Äh... Auch wenn manche Sachen ein bisschen verbessert werden können. Aber... So, du bist dran. Pro Farben. Ähm... Ja, ich laufe einfach weiter. Ja, mach das. Äh... So. Wie viel Fuß? Ich hab grad nicht drauf geachtet. Sorry, äh... Hier ist 30 und dann könntest du Dash-Aktion benutzen, um, um... Hier hoch. Ja, ich hab hier nix anderes zu tun. Hier, bis dahin. Okay. Was? Darum seh ich das noch. Huf. So. Äh, Nimmel-Shadow. Vor dir stehen jetzt diese drei Wachen. Ja, ich hab gesehen, da stehen drei Wachen. Ich hab gesehen, da lauft welche in die Treppe hoch. Ja. Und du kannst dich nicht mehr teleportieren. Just saying. Ja. Aber ich kann mit ner Dash-Aktion... ...wieder hier zurücklaufen. Und schaffst du es dann hoch, ans Fenster zu klettern, über den Frank. Klettern wär ne Aktion. Ja, aber es ist halt auch zu weit weg, gell? Jetzt aktuell das Fenster. Könntest du die Tür hinter dir schließen? Also als... Kann ich die Tür schließen und verriegeln? Ja, als Aktion. Okay, dann mach ich das. Okay, du läufst da rein. Und... ...schließ die Tür. Das ist auch ne dicke, äh... ...dicke Tür, ähm... ...die eigentlich dazu gedacht ist, die zu beschützen. Das hat bei euch jetzt weniger was gebracht, weil ihr durchs Fenster eingestiegen seid. Huch. Die hält dann auch ein bisschen was aus. Okay. Ähm, wo ist die Frau? Ähm, die hat sich hier hinter dem Bett versteckt. Ist so in... Aber ich... Ist so in der Fetus-Position, weißt du? Ja, okay. Hat sich zusammengekauert. Weint ein bisschen. Während das Blut hier weiter aus dem... Äh, Gawana... ...drausströmt. Und ihr hört immer noch aus dem Kinderzimmer... Papa! 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 Okay. Xanxaral, du bist. Ja. Eine Sekunde, ich muss kurz sehen, ob ich es sehen kann. Wo sind alle hin? Wo sind die Wachen hin, die da gerade durch den Tumor kommen? Sehe sie nicht mehr? Die sind hinter dir zu... Äh... Die sind etwa am Esstisch, so. An der Treppe da beim Esstisch. Ihr habt gerade keine Vision mehr. Die sind hier auf den Fersen. Das hier könnt ihr sie nicht sehen. Ich glaube, die haben die es nicht gesehen, Leon. Okay. Ja, weil ich konnte sie gerade eben von meiner Position auch noch sehen. Aber jetzt, schätze ich, kann ich sie nicht mehr sehen, oder? Ja. Na, ich mich jetzt Sorgen um ihn mache, gehe ich wieder ein Stück zurück. Okay. Also um den Shadow. Gehe ich wieder ein bisschen zurück bis an die Tür. Hau mich dort kurz um, ob irgendjemand von unten kommt. Und dann gucke ich, ob ich mir den Shadow von dort sehe und ihm helfen kann. Ja, um ihn machst du dir Sorgen, um mich nicht. Danke. Ja gut, du warst nicht bei uns. Hier hinstellen? Du siehst die Wachen und du siehst nicht Nimmel-Shadow. Weil gerade eben von der Treppe kommt man sie eigentlich auch schon weiter oben sehen. Aber ja. So? Ja. Dann würde ich... Während du dich umsiehst, schaust du auch so nach rechts und siehst du von Panik in seiner Form dastehen. Ihr guckt euch erst mal so kurz an. Und was machst du? Sehr froh, freue ich mich jetzt, dass er noch lebt. Hm. Hm. Ähm. Dann. Du darfst. Dann würde ich ein Bursting Arrow auf alle drei Wachen schießen. Okay. Ja. Warte, ich muss nochmal genau nachlesen. Der gibt einen 2d6 Schaden allen Leuten innerhalb von 10 Fuß. Ja, dann mach das. Zuerst gucke ich ja, ob ich treffe. Treff's nicht. Ja, sie ist schade. Okay. Dann nicht. Okay, und wenn nicht, dann nicht. Du hast noch so ein paar Fuß-Movement. Nimmst du dich um nach oben? Ja, ich geh wieder ein Stück zurück. Okay. Äh. Wie lang geht dieses Fliehen? Eine Runde wahrscheinlich, oder? Welches Fliehen? Äh, vom Asima. Hm? Vom Asi... Dein Fliehen wirst du verursacht. Ach so. Die vier? Ja, eine. Eine Runde. Eine Runde, ja. Okay. Mit Dash kommt er da hin. Oh. Hm, hm. Hab ich. Äh. Die haben den Fall natürlich aus sich schon gehört, der daneben gegangen ist. Aber der Dash trotzdem hier weiter. Der kümmert sich um die Kinder. Der geht da hin. Und er stellt sich hier hin. Und greift dich an. Von unten... Ne, keine Disadvantage. Huch. Okay. Irgendwo wollen. Zack. Da. Voll und sei frei. 18. Oh. 18 plus 4 trifft, gell? Plus 3. 18 plus 3 trifft. Ja? Ja. Hallo? Björn? Björn? Björn, mal wieder AFK. Sorry. Ich bin dran. Äh, nein. Nein, du kriegst jetzt erstmal Schaden. Ah, okay. Äh, du bekommst 7 Schaden. 7 Schaden. Als du von hinten mit dem Speer gepikst wirst. So, Bufan. Du bist dran. Du hast die Wache gerade noch hinten da hochrennen sehen. Nachdem... Ja? Ja, ich schleudere meinen, äh... meinen Hammer auf ihn. Sicher? Also so würde ich eher einen Nahkampf machen, als so aus der... Jetzt... Ey, ich hab meinen Plan. Okay? Ja, du schleuerst den Hammer. Ich schleudere meinen Hammer. Ja. Er trifft. Ich hab 13 gewürfelt. Plus weiß auch nicht was, oder? Trifft. Ja. Nee. Also. Was? 13 plus? Plus 2 oder 4 irgendwas. Trifft, 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 ja, sorry. Er wollte ich jetzt nicht... Ja, trifft. Also. Da kann ja 5 Fuß geschleudert werden. Krieg ich nochmal irgendwie extra Damage dann, wenn er... Wenn ich ihn gegen die Wand schleudere? Nee. Weil das haut ihn ja komplett dagegen. Nein. Mano. Okay. Hm. Ja, dann schleudere ich ihn einfach zurück in den Gang. Kannst du ihn nur zu dir oder von dir weg? Ich... Vorhin hast du gesagt, in alle Richtungen. Ja. Reiß ihn doch einfach die Treppen runter. Ja. Ja, mach ihm mal ein... Ja, er kann ja eh... Er kann ja eh 30 Fuß... Äh... Aber mit... Er liegt ja jetzt erstmal so ein... Du hast ihn so hier runtergeschleudert. Du kannst jetzt an ihm vorbei ohne Attack of Opportunity. Das kann ich dir geben. Weil er kann ja nicht die Treppen runterlaufen, er folgt ja runter. Wenn du willst, kannst du an ihm vorbei ohne Attack of Opportunity zu bekommen. Mein Plan ist es eigentlich, da durchs Fenster zu... Zu springen. Ja? Weil er muss da raus. Welches Fenster? Das hinter dir? Genau. Und dann macht mir keinen Sinn, wenn ich ihn zu mir ziehe. Doch. Schon. Okay. Keine Attack of Opportunity und er ist von... Xanisaral erstmal weg. Okay. Also 1d8 Schaden plus 4. Ja. Tu dir den nicht. Ja. 6 Schaden. Ich probiere jetzt hier raus. Muss ich da irgendwas... Nein. Würfeln? Nein. Aber... Einfach... Also ich will da durch und versuche, hier in den Bus zu springen, dass ich nicht so viel Fall Damage... Welchen Busch? Wenn ich fragen darf. Wem Busch? Nein. Ja. Aim for the Trees? Oder nee? Hey, da gab es doch irgendeinen Film. Oh, da sagen die Aim for the Chaos Cops oder so heißen die. War hieß der Film? Ich weiß es nicht. Egal. Okay, du versuchst jetzt da zu laden. Okay. Wie macht man Fall Damage? Moment. Hätte ich davor googeln müssen. Weil eigentlich habe ich ja dafür ein Gefühl, oder? Ja, das ist ja kein so großer Fall... Fall... Okay. Also 3D6, oder? Und wie viel war das? Ne, 2D6. Du bekommst den Schaden. Das darfst du würfeln, oder? Ja. Und kriege ich irgendeinen Bonus, dass ich halt den Busch springe, wenn ich den treffe? Nein, weil du schwere Rüstung trägst. Dann müsste ich dir eigentlich noch mehr... Ich bin mal nett. Neun Schaden bekommst du. Und du landest... 3 auf dem Boden. Okay. Neun Schaden, gell? Ja. Trage ich mir ein. Ähm... Never Shadow. Ähm... Ich kann mit einer Klettergeschwindigkeit von 60 Fuß klettern. Ja. Ähm... Von 20 Fuß klettern. Das ist auch kein Schweres klettern. Ja. Ich würde hier hoch zum Fenster wieder klettern. Ja. Rausgucken. Gucken, ob ich da irgendwelche Wächter in meiner Nähe sehe gerade. Ne. Dann würde ich aus dem Fenster runter klettern und wieder unten auf die Mauer stehen. Du stehst auf der Mauer, ja? Wie weit kann ich noch von dort aus? Du würdest sagen, wenn du runterspringen willst, kannst du das. Ich würde nicht springen, ich würde versuchen zu klettern. Ich würde sagen, wenn du runterspringen willst, kannst du das. Okay, dann springe ich. Du bekommst... 5 Schaden. Und... Derifranger. Sanxaral. Ich würde, nachdem ich... Ich würde... Ich bin ja am Fenster. Würde ich aus dem Fenster springen. Ja. Und dann halt fliegen. Welches Fenster? Das hier oder das andere? Da unten? Äh... Das direkt neben mir. Okay. Das hier. Und dann würde ich versuchen noch... Warte, wie komm ich denn hin? Kannst fliegen. Ja, ich würde versuchen, hier noch um den Turm rum zu fliegen. Äh... Mit einer Doppelaktion. Also, dass ich einfach dasche. Geht das? Ja, ja. Bisschen ans Fenster und gucken, ob ich... Ob ich Nimble Shadow innen drin noch irgendwo sehe. Nee, aber du siehst die Wachen, die ihr immer mehr auf diesen... Einen... Platz, wo ihr vorher den Governor gekillt habt, zu rennen. Okay. Okay. Ruf haben. Was machst du? Ihr rennt wahrscheinlich. In den Wald hinein. Und verschwindet dort. Ja. Da ist ein Wald. Kann ich noch schreien? Einfach noch raus hier? Raus hier? Ja. Ja. So. Oder ich bin raus. Ja. Oder irgendwie so halt. Ja. Du siehst dann auch Nimble Shadow in der... Nee, da unten rennen. Während du so ich umschaust hier. Danksaal. Mhm. Und dann fliegst du wahrscheinlich auch weg. Und hier schreit noch eine Wache da oben drauf. Ihr Schweine! Ihr Blutrache! Und so weiter. Das war's. Hiermit. Mit dem Kampf. Ihr seid erfolgreich... Ihr seid erfolgreich hinkommen. Habt den Katalysator platziert. Nach etwas Stress. Ging das doch noch. Gut. Ist nicht noch gut gelaufen. Habt ihr noch gut gerettet. Ich hab echt gedacht, dir stirbt jetzt einer. Boah, das hätte ich auch gedacht. Ich auch. Ähm. Wir machen weiter in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Musik